Also die Argumente vom sauberen Atomstrom, die kann ich ja nun gar nicht nachvollziehen. Da habe ich also überhaupt kein Verständnis für. Also auch wenn es eine lange Debatte ist, wir müssen einfach anfangen beim Uranabbau. Es geht ja um die CO2 Neutralität, die angebliche. Das ist ein Märchen. Atomkraftwerke produzieren ganz etwas weniger CO2 als moderne Gaskraftwerke. Und bei der Klimaschutzdebatte darf man einige Sachen nicht außer Acht lassen, die so große Nachteile darstellen, dass man sie nicht aufwiegen kann gegen eine CO2-Bilanz. Also es wird beim Uranabbau CO2 produziert. Das ist eine wahnsinnig umweltschädigende und menschenschädigende Geschichte dieser Uranabbau. Wir können nach Yabiluka gucken in Australien oder nach Nigeria. Wir können aber auch nach Wismut gucken, wo 5000 Lungenkranke als Berufskranke anerkannt sind. Wenn nicht endlich angefangen wird, nachhaltige Energien, regenerative Energien mehr und besser zu fördern, dann haben wir ein Riesenproblem, denn es gibt ja immer noch die nicht gelöste Entsorgung. Wir brauchen im Moment nur bis zur Asse zu gucken, um zu sehen, was uns hier in Gorleben blühen würde, wenn Gorleben jemals als Endlager für hochradioaktiven Abfall in Betrieb gehen sollte. Wir sind in unmittelbarer Umgebung des Endlagerbergwerkes. Wir sind jetzt hier gerade vielleicht 500 Meter hergefahren. Die Gefahr ist ganz klar, dass uns hier genau das Gleiche passiert wie in der Asse. Wir haben ja auch ein Salzbergwerk. Wir haben ja auch Behälter, die angreifbar sind, die rosten können. Wir haben einen Salzstock, der nicht dicht ist, der Risse hat, der Laugennester hat. Und wir haben hier einen Salzstock, der ein mangelhaftes Deckebirge hat. Das heißt, wenn die ersten beiden Barrieren nicht mehr gehalten haben, die Radioaktivität in die Biosphäre und damit auch zu uns Menschen entweicht. Die Forderung ist, es gibt zwei gescheiterte Atommüllendlagerversuche für radioaktive Lager in Deutschland. Das eine ist die Asse, das andere ist Moorsleben. Da sind nicht so viele Sachen bekannt, das könnte das nächste Drama werden. Es müssen Konsequenzen aus diesen Versuchslagern gezogen werden. Es kann jetzt nicht heißen, Konrad ist genehmigt. Es darf nicht heißen, in Gorleben wird ein Moratorium aufgehoben, sondern es müssen Konsequenzen daraus gezogen werden. Man muss sehen, ob Salz überhaupt als Endlager-Medium weiter in Betracht kommt. Und nicht zuletzt haben wir es halt mit einer Atomlobby zu tun, die ganz massive wirtschaftliche Interessen hat. Also, ich finde, wachsam bleiben. Aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, das ist die nicht lösbare Entsorgung von Atommüll. Das muss mit in die Debatte einbezogen werden. Tschüss. 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 Tschüss.